Je größer das Leid, desto größer der Dichter, umso härter die Arbeit, umso tiefer der Sinn. Je größer das Unheil, desto härter der Kampf, umso ärger der Verlust, desto irrsinniger die Verdammten. Je größer das Leid, desto kleiner der Dichter, umso härter die Arbeit, umso tiefer der Sinn. Je größer das Unheil, desto härter der Kampf, umso ärger der Verlust, desto irrsinniger die Verdammten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020